So, kann losgehen. Ich hoffe, wir überleben diesmal ein bisschen länger. Ach, wir haben es schon gut durchgehalten. Besser als ich dachte. Naja, auf jeden Fall. Und länger als das erste Mal. Ja, ich weiß noch, das allererste Spiel, das war ja ein richtiger Krampf. Oh, ich muss hier mal schnell weglaufen. Alter, du rennst durch und ziehst die ganzen Zombies hinter dir her. Ja, ja. Wo sind sie denn hin? Ach, da, kommen sie. So, weg. Das ist auch gar nicht verkehrt, wenn einer die Zombies immer anzieht. Müssen halt nur trotzdem überleben. Ist ja noch irgendwo einander, ne? Direkt hier gegenüber ist noch einer. Nach oben, ne? Ja. Du musst mal hoffen, die Krücke. Da muss ich das schon ein bisschen länger halten. Festhalten, ja. Und dann kannst du auch mit reinkommen. Oh, oh, da ist ja schon der Gegner. Das ist ja wunderschön. Das ist ja mal wieder eine Überraschung. So schnell. Katsching. Oh, da hat er mir gleich wieder einen gegeben. So, das heißt, ich blute schon wieder. Alter, der schmeißt auf Sachen. Ja, genau. Oh, jetzt muss ich ganz schnell F drücken, dass ich nicht verblute. Und jetzt muss mir nochmal eine Spritze ganz schnell geben. Jetzt habe ich ein Problem. Alter, da wäre natürlich die andere Knarre mit 39 Schuss geiler gewesen. Ah, der Typ, der ist auch ätzend, ey. Obwohl, die Spinne finde ich noch schlimmer. Oh. Mach dich weg da. Immer nach oben hier. Oh, oh. Oh, ich sehe nichts, aber überall sehe ich. Jetzt hat er mich erwischt, Dennis Sack. Na, ich habe überall diese Ekelbilder, äh, Ekelviecher da vor mir gehabt. Oh, shit, da ist er wieder. Alter, ich blute schon wieder ein Mistvieh. Ich weiß auch gar nicht, was bringt denn das, wenn der noch nicht so ganz aufgebaut ist vor ein. Kann man den dann trotzdem treffen? Also, wenn der jetzt einmal noch nicht so ganz aufgebaut ist und man schießt so in diese Menge von Käfern, kann man ihn da trotzdem irgendwie mit schaden? Ja, ich glaube schon. Okay. Also, manchmal zeigt er, er zeigt dir auch an, wenn du was triffst. Ja. Ah, der Assassine hat mich getötet. Super, ey. Mega geil. Boah, das Flösch ist durch dich durchgeflogen, hat mich auch erwischt. Alter, heftig. Oh. Alter, mit der Weihnachtsmann, mit der Bommelmütze, das ist echt so geil. Ja, besorgst ihm erstmal, ich glaube. Oh, gleich bin ich auch hinüber. Oh, scheiße, du blutest ja auch wieder, ne? Oh, sehr gut. Oh, oh, ha. Jetzt will er es aber wissen, ey. Er ist ja heute richtig auf dem Agro-Modus. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Oh, oh. Oh, oh. Alter, tsching. Mann, der nervt total. Oh, ich werde aufgehoben. So, jetzt musst du aber auch überleben, weil ich bin, ich habe alles verbraucht, was ich hatte. Ja, ich setze mir auch eine kleine Spritze. So. So. Wo bist du? Nur. Hier ist er. Oh, oh. Alter, wie lange der nachlebt, das ist voll scheiße. Ja, das gibt mir auch einen Pinsel, weil jetzt blute ich wieder, weil der mit seiner komischen Krummsäbel-Scheiße hier mir um den Sack geht. Der Mensch, der muss doch gleich mal innen über seine. Oh, lad nach hier. Oh, schnell weg hier. Oh. Ja, los, komm, noch einen. Noch einen, noch einen. Komm, ja. Gleich ist er hinüber. Altes Fotzenvieh. Da gibt mir auch richtig auch einen Piss. Oh, Mann. Oh. Ich bin mal nach unten gelaufen. Alter, ich bin so hinüber. Aber wenn er jetzt kommt, kriegt er von mir einen verbraten. Das ist aber hier Ruhe. Wo ist er denn hier, der Feigling? Das ist ja mal groß rum. Hinter gar nicht mehr, ne? Ne, große. Hier schon. Große Schnauze, nichts dahinter, Alter. Ja. Sehr gut. Ne, 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 ne. Warum, du musstest doch hier Heilung geben. Ja, der wird verbannt jetzt hier erstmal. So ein Pfosten, ey. Der Pfosten aus dem Osten. Der soll ja mal nachladen, ja. Wir sind natürlich... Ach, äh, ich hab gesehen, bei Modern Warfare gibt's jetzt auch übrigens so einen Weihnachtsmodus. Ähm, hab jetzt verfügbar oder so. Könntest du da mit Weihnachtsmändern rumlaufen? Cool. Ich hatte auch irgendwie gelesen, bei Call of Duty haben sie, wenn du im Level gestiegen bist, haben die es gefakt, dass du besser wirst. Die haben die Hitboxen kleiner gemacht bei den fortgeschrittenen Leuten. Okay. Sodass du die viel schwerer treffen konntest und dann entstand so der Eindruck, dass die voll viel besser geworden sind. Alter Übel. Naja, das ist... Deswegen, du Boss... Muss selber gar nicht mehr faken, das machen die Hersteller schon für eine. Ja. Hast du noch, äh, Spritzen und so'n Kram? Nee, ne? Äh, zwei Spritzen hab ich noch. Kannst du mir eine verpassen? Jo. Sehr gerne sogar. Warte mal. Am Druck ab? Äh, wenn ich F drücke, geht's nicht. Maustaste zeigte auch nicht an. Warte mal, ich geh mal um dich herum. Nee. Warte mal, ich hör' den Laufen draußen. Ja. Der kommt hier hoch, glaub ich gleich. Wieso kann ich den hier drinnen keine Dynamit-Stange werfen? Komisch. Vielleicht kann ich dich deswegen auch nicht heilen, ne? Hm. Merkwürdig. Siehst du schon jemand? Nein. Hm. 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 du weißt ja wohl stehen wenn ich sterbe dann weißt du von wo sie kommen ja ich habe auf jeden fall das auf hinter dir müsste einer sein ich habe gerade scheiße dreck sauer wovon wo schießt er denn da ist er wieder der ist ja hatte so ein mist wie die grenze über der hat mich erwischt so ich habe einen erledigt hier sehr gut ist er noch war noch ich will ja unten war ja da hatte ich erlernen wie er ist es so eine bombe hingeworfen genau mit stangen und ich werde aufgehoben dankeschön schön ok dann haben wir jetzt ab oder was scheiße ich bin tot so eine drecksau hat er sich auch erwischt nehmen hättest du ihn erwischt alter aber wie gesagt habe ich einen erledigt ich bin hält das ist scheiße